Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Komponentenstempel selber individuell einstellen und bearbeiten können. Den Komponentenstempel finden Sie im Werkzeug markieren. Hier drin steht er dann an viertletzter Stelle. Und wenn ich den Komponentenstempel aktiviere, kann ich auf ein Element klicken und dieses Element wird dann angeschrieben. Hier in unserem Beispiel haben wir jetzt zwei Räume, die besitzen keine Türe. Ich klicke also auf einen Raum, um den ein bisschen genauer anzuschreiben. Ich bemerke jetzt aber schnell, hier fehlen noch gewisse Grundinformationen. Über das Zahnrad habe ich jetzt aber die Möglichkeit, diese Grundinformationen selber einzustellen. Ich klicke hier auf Komponentenstempel und habe jetzt die Möglichkeit, weitere Eigenschaften hinzuzufügen, die ich anzeigen möchte. Hier als Beispiel werde ich unter der Identifikation noch die Nummer ausziehen und ich möchte vielleicht noch das Volumen mit anschreiben. Das heisst, ich füge eine neue Eigenschaft hinzu, klicke auf Mengen, wähle dort Volumen aus und kann dann das Ganze mit OK bestätigen. Der Komponentenstempel muss jetzt neu platziert werden. Das heisst, ich klicke nochmal auf einen Raum und Sie sehen, dass jetzt die Nummer und das Volumen auch mit angezeigt wird. Das Ganze kann ich jetzt als Folie erfassen, um das Problem zu dokumentieren und der Komponentenstempel bietet hier die Möglichkeit, das Ganze detaillierter zu gestalten. Wir sind bei den Komponentenstempel. Untertitelung. BR 2018